Hallo, ich bin die Caro und ich habe hier meine Ausbildung gemacht beim Musikhaus Kirchstein zur Musikfachhändlerin und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr fertig und bin jetzt quasi voll am Start. Ja, also ich gehe halt rein, stelle alles ab, kommt drauf an, wenn es Montag ist, dann sagt man erstmal, was man alles so gemacht hat am Wochenende. Sonst geht es ganz schnell den PC an und los geht's. Oh, Musik Connect 2022, da war nämlich der Lukas erstag da und ich habe mit ihm Boogie Boogie gespielt und da war ich richtig on fire. Also ja, es war mega. Boah, das finde ich ganz schwierig, das ist immer so total phasenmäßig, also ich weiß nicht, manchmal bin ich eher so Happy Metal unterwegs und manchmal eher so Boogie Boogie. Boah, das ist echt, ich kann es gar nicht sagen. Also wie gesagt, Lukas erstag finde ich cool, aber das ist immer so, ich mag so viele, ich möchte mich nicht festlegen. Boah, das, ja, da fallen mir viele ein. Momentan hätte ich so auf der Lüfte E-Bass, Saxophon und ja, mir fällt eigentlich dauernd was ein, aber ich darf eigentlich nichts mehr heimbringen, weil sonst kriege ich bis die Ecke, weil es ist schon alles voll. Okay, also angefangen hat es mit Klavier damals, ja, ganz klassisch und dann irgendwann war da so alte Stadische umeinander gestanden und dann hat man halt gesagt, ja gut, ich spiele das jetzt auch und dann wollte ich irgendwann zur Blaskapelle im Dorf, weil man das halt so macht und dann braucht man halt da was, dann habe ich Posaune gelernt und ja, Gitarre fand ich halt auch schon immer cool, irgendwie so als Nebending zum Klavier, dann habe ich Gitarre gelernt und ja, Mundharmonika ein bisschen, aber das ist so das. Und singen tue ich auch ganz gerne. Ah, ja, zweites Lehrjahr in Mittenwald, die Schule war echt sehr cool, also das macht richtig Spaß, kann ich euch sagen, also nicht nur die Schule, auch das Rahmenprogramm. Genau, also richtig geil, kann man nur empfehlen. Oh mein Gott. Ja, okay, schauen wir mal. Oh mein Gott. Ja, okay, sagen wir mal. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020